Hallo zum Tageshoroskop vom 15. Januar 2024. Ein ganz besonderer Tag heute, ein Montag, der hier in die Geschichte eingehen könnte, denn wir haben ja hier die große Demonstration, die große Bauerndemonstration in Deutschland, bei der sich ja auch der Mittelstand jetzt dazu angeschlossen hat, aber auch Handwerker, eigentlich darf von mir aus dürfen alle auf die Straße gehen und das Ganze unterstützen. Wirklich spektakulär. Ja, da schauen wir natürlich wieder, wie sich das hier zeigt im Horoskop. Und zwar haben wir hier den Aszendenten im Mitternachtshoroskop, berechnet auf Berlin, gültig für Deutschland und auch Schweiz und Österreich. Konzentrationen gelten ja natürlich weltweit. Der Aszendent, der zeigt, was hier in die Welt kommt, ist immer noch im Zeichen Waage, im Luftzeichen. Also es geht immer noch um ja einen Ausgleich, den man haben möchte, um Fairness, um geistigen Austausch und das Ganze hier in der Dekade des Wassermanns. Das heißt, das Ganze bekommt so eine Wassermann-Färbung. Also es hat hier diesen revolutionären Charakter und der Herrscher, die Venus, findet sich weiter hier im Zeichen Schütze, im Feuerzeichen Schütze. Also man geht hier in die Kommunikation, weil die Venus hier im dritten Haus ist. Das ist der Bereich der Kommunikation. Und das heißt, diesen Ausgleich erfordert man hier auf der Straße und das Ganze mit viel Effet, mit viel Begeisterung, mit viel Enthusiasmus, mit Unterstützung aus dem Ausland auch oder auch von der Ferne. Also die kommen aus allen Regionen hier nach Berlin. Und dann haben wir hier Ceres auch mit dabei. Es geht hier um die Versorgung und das Ganze ja in Verbindung mit dem Mondknoten, mit Chiron hier in der Begegnung, mit Eris auch mit dabei. Also Wut und Streit in der Begegnung, Kritik in der Begegnung. Man ist sauer, man hat die Schnauze voll und vollkommen zurecht. Und diese Bauernproteste kriegen ja jetzt noch mal einen richtigen Schub dadurch, dass die Bild ja offenbart hat, dass die Kürzung der Bauern schon seit über einem Jahr geplant war. Und alle in der Regierung, alle Parteien waren involviert und hatten dazu gestimmt. Und auch der Bauernverband war involviert. Also das heißt, es gibt eigentlich nach meiner Einschätzung hier keine Möglichkeit, das Ganze zu kippen, da quasi dann das Vertrauen natürlich komplett weg ist. Ja, und ich hatte auch so ein bisschen befürchtet, die Bauern würden da jetzt nur auf die Straße gehen, um die eigene ja, um für das eigene Wohlbefinden eine Verbesserung zu bekommen. Aber daraus wird jetzt automatisch dann natürlich auch die Forderung, dass die alle weg müssen. Und ich sage ja immer hier, dass da ist Korruption komplett vorhanden und die Systeme müssen weg. Und der Saturn, der ja auch weiterhin das Leben hier bestimmt, weil die Sonne ja weiter im Steinbock steht, der bringt ja auch hier die Systeme in die Auflösung. Und das auch langfristig. Und die Sonne ist ja hier zusammen auch weiterhin mit dem Asteroid Agricola und Fortuna. Also das heißt, schicksalhafte Entwicklungen im Leben durch Einschränkungen der Bauern. Und das ja auch noch immer noch in der Verbindung auch zu Uranus hier. Und das bringt natürlich hier die Revolution und starke Veränderungen aktuell. Und der Uranus im Zeichen Stier, da geht es natürlich um die Wertschätzung, um Entlohnung, um Subventionen. Und mit Justitia und Midas und Germania geht es hier um Gerechtigkeit der Finanzierung des Geldes in Deutschland. Ja und das Ganze ist hier in der Krise, weil der Uranus ist natürlich im Krisenhaus. Ja und da ist halt mächtig Druck im Kessel. Ja und das ist auch gut so. Und ich habe auch schon gesehen, dass die Berliner schon da kräftig unterstützen, indem sie da die versorgen. Und auch das ist hier durch die Venus angezeigt. Venus mit Ceres heißt natürlich auch, dass hier man liebevoll versorgt auf der Straße, im direkten Umfeld, im Miteinander. Ja und da haben wir ja die Verbindung zu den Streikenden in der Begegnung. Also man unterstützt die, indem man die quasi hier mit Getränken, mit Lebensmitteln versorgt, damit die auch lange da weiter bleiben. Also es ist so das Motto, wir sind gekommen, um zu bleiben. Ja also ganz großartig. Also ich bin an diesem Montag leider beim Zahnarzt nochmal. Also für mich beginnt das hier sehr, sehr, ja schwierig, dieser Jahresbeginn. Aber ich werde mental, bin ich ganz stark bei allen, die da demonstrieren. Und ich hoffe, auch du unterstützt das hier, wenn auch mental oder ansonsten alle auf nach Berlin. Ja und der Merkur ist ja seit gestern hier im Zeichen Steinbock. Und das passt übrigens auch zu den Szenen. Ja, aber ansonsten ist halt so, Merkur im Zeichen Steinbock heißt halt so Begegnungen, die ja mit Einschränkungen zusammenhängen. Und alle zusammen schränken ja das Leben dann ein. Oder der Verkehr wird eingeschränkt. Und das ist jetzt die nächsten vier Wochen hier der Fall mit Merkur im Steinbock. Das ist natürlich nur eine Auswirkung. Merkur im Steinbock, das ist auch so, dass politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche Themen, berufliche Themen jetzt verstärkt im Vordergrund sind. Merkur in Spannung zu Chaos beim Eintritt bringt also für diese Phase dann auch chaotische Verhältnisse in der Bevölkerung, chaotische Situationen im Zusammenhang mit der Regierung, mit Nachrichten, die die Regierung betreffen. Und das führt natürlich auch zu Chaos, wenn man dann solche Nachrichten bekommt und dann merkt, dass die alle da vollkommen verlogen sind. Ja, also das ist ja wirklich unglaublich. Ja und ansonsten auch international, also viele Veränderungen. Also Nachrichten jetzt am Wochenende. Taiwan hat einen neuen Präsidenten, der die Anti-China-Politik vorantreibt. Das passt natürlich auch dazu, dass wir jetzt hier ja ganz kurz davor sind, dass der Sonne und Pluto in den Wassermann gehen. Also Pluto natürlich, das Jahrhundertereignis, das Highlight unserer Lebenszeit kann man sagen, weil der Pluto in Wassermann bringt ja die Revolution der Masse, aber halt auch die Chance für ein neues Bewusstsein. Und Wassermann ist ja das Zeichen der Aufklärung und in der Schule habe ich schon gelernt, das ist eine der wenigen Sachen, die mir in der Schule hängen geblieben sind, ja in der Schulzeit, von Immanuel Kant, dieses Zitat, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Also jeder hat die Informationspflicht, sich freizumachen, sich über die Situation zu informieren, um quasi in die Mündigkeit zu kommen. Und das kommt aber jetzt mehr und mehr in die Welt, was quasi für Unrecht hier geschehen ist. Das diabolische Pluto ist ja auch die Unterwelt, kommt jetzt in die Veränderung. Kommt jetzt auch in die Außenseiterrolle in dem Wassermann. Und wenn Sonne und Pluto in den Wassermann gehen, dann ist das natürlich die Zeit der Reform, der Veränderung, der Revolution. Ja und auch noch ein anderes Beispiel, jetzt natürlich gibt es viele Beispiele, aber jetzt haben wir in Dänemark eine neue, also den Abtritt der bis dahin weltweit am längsten amtierenden weiblichen Staatsregierenden, hier die Margarete, die tritt ab und macht den Weg frei für den König Frederik. Und also ein neues Königspaar ist dann hier an der Regierung in Dänemark. Also viele Veränderungen. Dann haben wir natürlich die Bauerndemos hier, die ja natürlich auch in anderen Ländern haben wir ja auch viele Demonstrationen oder hier auch neben den Bauerndemos auch Streiks natürlich. Auch wenn der GDL-Streik jetzt mal kurz pausiert, aber auch das ist natürlich noch nicht durch. Ja so eine ganze Menge los oder auch zum Beispiel eine andere Thematik, wo es auch um Macht und Ohnmacht Themen geht oder um Veränderungen von Werten oder um digitale Vorstellungen hier von Überwachung natürlich auch. Uranus steht ja hier in Spannung zum Skorpionzeichen und Pluto und Wassermann, da geht es ja auch um quasi Kontrolle durch digitalisierte Methoden. Und in Davos trifft sich ja gerade wieder das World Economic Forum mit Absicherungen durch 5000 Soldaten. Also ein kleines Schweizer Örtchen da. Da braucht man eigentlich wahrscheinlich schon noch mehr Soldaten, um das zu schützen. Ja, also es sind radikale Energien, aber auch radikale Aufklärungsenergien, auch die Epstein-Thematik, die wird ja auch früher oder später durchkommen. Das sind halt natürlich auch Dinge, die weiter verdrängt werden und hier nicht gezeigt werden in Deutschland oder wo die Medien ja noch größtenteils nicht darüber informieren. Ja, was haben wir noch zu verkünden? Venus hat die schöne Verbindung ja zum Mondknoten, wie gesagt. Das kann natürlich individuell auch sein, dass man hier angenehme Kontakte hat oder Kontakte auch zum Ausland hat, auf Reisen jemanden kennenlernt. So was kann das natürlich auch sein. Venus hat das Quinkungs hier zu Uranus. Und das bringt natürlich auch Kompromisse hier bei Finanzierungsthemen. Vielleicht auch bezahlt man für eine Reise etwas und lässt sich dann auf einen Kompromiss ein. Denn ansonsten sind das natürlich auch, zeigt das die Unzufriedenheit und ist natürlich auch wieder auf die Bauern-Demos hier oder auf die Mittelstands-Demos zurückzuführen. Ja, dann haben wir heute die Sonne in einer günstigen Verbindung zu Neptun. Das darf das Ganze hier friedlich ablaufen lassen. Neptun steht ja auch bei Amor im Bereich hier des Alltags oder der Gesundheit und der Arbeit. Das kann also, wenn du jetzt gerade mit der Gesundheit zusammenhängst, irgendwas zu tun hast, dann kann das sein, dass man hier sehr liebevolle Begegnungen hat. Bei der Arbeit kann das auch die Sehnsucht nach Liebe oder liebevolle Begegnungen anzeigen. Ja, und Sonne mit Neptun ist halt einfach auch so eine wirklich eine Form der Nächstenliebe, die sich hier zeigen darf. Und das wollen wir natürlich auch alle hoffen, dass das sehr friedlich hier abläuft. Und auch der Mond in den Fischen ist natürlich ein Indikator dafür, dass alles friedlich bleibt. Also das ist natürlich total klasse, dass wir hier kosmischen Rückenwind bekommen, aber auch friedlich das Ganze. Ja, und die Masse wird also sicherlich nicht weggehen, weil wir kommen ja erst noch hier in die Zeiten, wo es hier wirklich richtig heftig wird, wenn der Pluto in den Wassermann geht, wenn wir den Neumond im Wassermann haben, ja, so, wenn Jupiter und Uranus sich treffen im April. Also das wird jetzt nicht langweilen. Ja, und also der Mond in den Fischen ist heute so eine Energie, wo man wirklich sehr, wo das Volk friedlich ist, wo man selber auch die Stille genießt, wo man vielleicht auch ein bisschen Sehnsüchte hat. Das sind die leisen Töne, die man dann gerne hat. Der Mondentspannung zum dunklen Mond zeigt aber hier auch die Unzufriedenheit. Das kann hier bei der Arbeit sein, das kann hier, oder zeigt natürlich auch Volk in Spannung zur Unzufriedenheit in Bezug auf die Arbeit. Deswegen natürlich Demonstrationen übersetzt. Oder ansonsten kann es auch sein, dass man hier Neid in der Kollegenschaft hat oder im Freundeskreis, könnte das natürlich auch sein. So etwas könnte hier auch eine Interpretation sein. Ja, und im Bereich des Lebens im fünften Haus haben wir hier auch den Saturn stehen. Und Saturn zeigt natürlich die Blockaden, die grenzenlosen Blockaden, die grenzüberschreitend sind. Es kommen ja auch Leute aus dem Ausland oder aus der Ferne. Das Ergebnis des Tages mit dem MC im Krebs ist also eine sehr launische Situation, sehr stimmungsvolle Situation, sehr emotional das Ganze. Und der Herrscher Mond hier im Zeichen Fische im fünften Haus bringt also, wie gesagt, diese friedliche Situation, die sich hier zeigt, aber auch den Vertrauensmissbrauch, weil Nessus mit dabei ist. Und das ist natürlich, wie ich ja gesagt habe, dadurch, dass die ganze Politmischproke da seit einem Jahr schon diese Kürzung geplant hatte, da sieht man ja wieder, wie verlogen das ist. Ja, und dann haben wir natürlich eine Situation, die hier auch in der Begegnung viel Kritik bringen kann mit dem Chiron und kann auch sein, dass man hier mit Gesundheitsthemen konfrontiert ist aktuell. Das kann natürlich auch sein. Ja, wieder eine ganze Menge los. Mars mit Folos auch noch, zeigt also auch hier Aktionen, die man hier gemeinschaftlich angeht, aber auch Wut wegen Fehltritten, sowas kann das auch anzeigen, Fehltritte der Regierung im Zeichen Steinbock. Also, es geht sehr, sehr spektakulär los in dieser Woche. Dann wünsche ich dir, dass du gut in die Woche startest, bedanke mich für dein Interesse und freue mich über Kommentare natürlich und über liken, teilen Abonnieren meines Kanals. Ja, und wenn du wissen möchtest, wie für dich die Sterne stehen, kann ich dir eine Beratung ans Herz legen, ist eine super Investition. Aktuell geht ich weiter 10% auf die Sternstunde und die Luxus-Sternstunde, der Link ist hier unter dem Video. Ja, und ansonsten freue ich mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Bis morgen, alles Gute. Tschüss.